Wir nutzen BrainWatch seit ungefähr anderthalb Jahren. Neben der eigentlichen Leistungsfähigkeit des Systems war es für uns auch sehr wichtig, einen guten Support und Service zu bekommen. Damit hatten wir bei der alten Lösung, die wir vorher genutzt haben, große Probleme und wir haben schon gemerkt bei der Umstellung auf BrainWatch in der Migrationsphase, dass wir eine sehr gute Einweisung bekommen haben, eine sehr gute Schulung bekommen haben, aber auch gemerkt haben, dass das BrainWatch Support Team sehr schnell gemerkt hat, was wir brauchen, wo unsere Bedürfnisse liegen und ist sehr gut darauf eingegangen. Auch bei Anpassung der Quellenstruktur, wo wir besondere Anforderungen hatten oder bei technischen Erweiterungen haben wir sehr guten, sehr guten validen Input bekommen und dort sind sehr gut unterstützt worden. Bei BrainWatch haben wir drei Ebenen des Kundensupport. Wir haben ein Online Support Portal, wo man sich die wichtigsten Fragen beantworten kann, interaktiv durchsuchen, wie in einem User Guide. Zweitens haben wir ein 1 zu 1 Training, also Sie können zu uns kommen oder wir kommen zu Ihnen und erklären Ihnen die Funktionen des Tools, sodass Sie gleich starten können. Als dritte Ebene haben wir ein Support Team in-house, was stets für einen da ist und einem weiterhilft, falls man über Dinge stolpert, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Jetzt haben wir das Problem im Gegensatz zu anderen Marken oder Markenartikeln, dass wir nicht nur eine, drei Eigenmarken plus Trendmarken monitoren müssen. Wir müssen 423 Sparkassen überwachen. Wir haben Landesbausparkassenversicherungen für Bundpartner, die da auch mit reinspielen. Wir haben eine sehr, sehr kleinteilige Struktur in den QW Groups und in der Abbildung im Monitoring. Auch hier haben wir extrem guten Support durch BrainWatch bekommen und wir sind sehr glücklich damit.